Ich glaube, die Kamera läuft schon lange. Hallo, ich grüße noch meine Mutti. Nein. Mit Gepirias verbinde ich tolle Firmenfeiern, Spaß, eine super Unternehmenskultur, flache Hierarchien, einen tollen Arbeitgeber einfach. Menschen, Party, Energie, Individualität und Tippen, die reden können. Ich finde, die Gepirias ist eine Firma, die die Werte nicht nur auf Papier stehen hat, sondern sie auch wirklich lebt und vorlebt. Ich könnte mir gar nicht anders vorstellen, als wo wir arbeiten. Ich habe hier eine hohe Freiheitsfrage und das macht mich im Grunde genommen sehr zufrieden. Gutes Betriebsklima, nette Kollegen und schaut zu euch um, oder? Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung. BR 2018 Wir sind ein echt cooles Team und ich will, dass es die nächsten fünf Jahre so weitergeht. Ja, gepurist. Einfach unvergesslich. Mehr als Mainstream. Spion. Hübsch. Und Intelligenz. Das war's schon. Hier sind's wieder. Sie haben Spaß bei der Arbeit. Jeden Tag. Wir machen das gern. Ja.